Ja, hier noch ein Video für meine Zuschauer. Ja, wie fandet ihr denn das Livestream gestern eine halbe Stunde? Ja, ich weiß, die Internetverbindung ist ein paar Mal zusammengebrochen, der Turm war zu leise. Aber steht ihr auf Livestreams, dass ich da sitze und warte, dass da irgendetwas passiert? Also mich persönlich bereichert das nicht. Ich finde das immer toll, wenn ich die Filmbeiträge vorbereiten kann. Also das dauert ja auch ein paar Stunden, um euch dann eine ganze Sache zu geben. Livestreams sind für mich immer so eine halbe Sache, alles zusammengefummelt. Vielleicht denkt ihr anders darüber, aber gefühlsmäßig fühle ich mich da nicht bei wohl. So, das war's. Tschüss.